Ja, liebe Leute, dann werde ich da mal meine Idee an die Jungs schicken. Ja, ja, ja. Das haben wir alles schon gelesen. Geht's los? Aber, wenn ich dann meine Idee eingebe, Tja, wollen wir nicht. Oder wollen wir auch nicht. Aber eventuell, geht auch nicht. Scheiße. Tja, somit gibt es keine Hanfchips. Pech.